Hi, und zwar mache ich heute den Wohnwagen soweit fit mit Unterbodenschutz und Farbe an den Unterkanten, eine Schutzfarbe unten ans Fahrzeug, dass wir den Morgen nämlich einsatzbereit haben. Und zwar fahren wir nämlich morgen an den Hockenheimring zur DTM. Und zwar bin ich da nämlich mit dem David alias der AMG Günther. Mit dem fahre ich da zusammen hin, bleibt er über Nacht auch, also bleibt er eine Weile. Vielleicht läuft man sich ja mal über den Weg dort. Genau, und jetzt kommt noch der coole Knackpunkt für alle anderen, die nicht dort sind. Ich kaufe mir jetzt eine neue Kamera auf dem Weg. Da profitieren wir nämlich alle von. Die hat nämlich eine automatische Stabilisierung drin. Und dann ist mein Videomaterial, wenn ich aus der Hand filme, nicht immer so zittrig, weil ich ja immer so viel mich mit irgendwelchen Energy-Produkten vollknalle. Und in wenigen Sekunden werdet ihr schon durch diese Kamera gucken. Ich glaube es nicht, es ist unklar. Dazu habe ich mir noch Lichter gekauft, damit man auch mal nachts filmen kann. Das Zeug ist scheißhell. Das war wirklich Wahnsinn. Also ein bisschen Kamera-Equipment aufgestockt. Der Wundwagen wird halt noch fit. Und dann geht es morgen einfach mal zur DTM nach Hockenheim. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Oder falls man sich in Hockenheim über den Weg läuft. Ciao. Ciao. Vielen Dank.